Würdest du gerne mehr über das Thema Facebook-Marketing und Facebook-Werbeanzeigen wissen? Dann ist dieser große Facebook-Marketing-Meisterkurs genau der richtige für dich. In diesem Kurs werde ich dir mehr über Themen verraten wie Facebook-Seiten, Facebook-Werbeanzeigen, den Facebook-Pixel, Lookalike-Audiences, Custom-Audiences, Custom-Conversions, Facebook-Gruppen, Facebook-Events und vor allen Dingen soll es auch um Themen gehen wie die Skalierung deines Werbebudgets, Content-Marketing und unterschiedlichste Facebook-Marketing-Hacks, die du anwenden kannst, um mehr organische Reichweite über Facebook erhalten zu können. Übrigens, dieser Kurs ist ausgelegt für Beginner als auch Experten. Das heißt, du brauchst absolut kein Vorwissen, um mit diesem Kurs starten zu können. Was genau, wirst du jedoch im Detail hier in diesem Kurs lernen. Erstens, Grundlagen des Facebook-Marketings. In diesem Abschnitt vom Kurs lernst du alles über die absoluten Grundlagen von Facebook, also Profile, Gruppen, Seiten und Events. Es soll diesbezüglich auch bereits um Themen wie Growth-Hacking, Viralität von Post- und Content-Marketing gehen. Du lernst zudem mehr über den Commerce-Manager, das Content-Studio und viele weitere essentielle Tools. Zweitens, Facebook-Werbeanzeigen. Wie schaltet man Werbung auf Facebook? Wie funktioniert der Facebook-Pixel und wie hinterlegt man einen Pixel korrekt? Was ist eine Custom-Conversion und wie schaltet man Conversion-Werbung? In diesem Abschnitt vom Kurs lernst du alles über Werbung, Facebook-Pixel, unterschiedliche Arten von Audiences, darunter Custom-Audiences und Lookalike-Audiences, sowie Split-Testing und Retargeting. Drittens, Messenger-Marketing. Du lernst in diesem Kapitel Click-to-Messenger-Nachrichten-Werbeanzeigen und Instagram-Werbung kennen. Es soll zudem um Themen wie Chats, automatisierte Nachrichten und JSON-JavaScript-Code-Snippets gehen. Viertens, Chatbots. Was ist ein Chatbot und wie erstellt man ihn? In diesem Abschnitt lernst du, wie man ManyChat verwendet, um Facebook-Messenger-Chatbots zu erstellen, Flows zu bearbeiten, Sequenzen zu strukturieren und Kampagnen auszuführen. Fünftens, Event-Marketing. Zum Abschluss werden wir uns zudem mit dem Thema Event-Marketing im Detail beschäftigen. Nachdem du dieses Kapitel abgeschlossen hast, wirst du wissen, wie du ein Event erfolgreich vermarkten kannst. Dieser Kurs ist für jede Person, die ein Profi im Bereich der Facebook-Werbeanzeigen und des Facebook-Marketings werden möchte. Worauf wartest du also noch? Schreibe dich noch heute hier in diesem Kurs ein und wir bald sehen uns dann gleich im ersten Video. Ich freue mich auf dich.